Hi, ich bin Dominik, Projektmanager bei FleetComplete. Wir sind heute hier in Karlsdorf bei Graz bei unserem großen Kunden J.R.Company und ich führe heute ein Training durch für eine neue Mitarbeiterin und erkläre der Geschäftsleitung noch ein paar sinnvolle Lösungen, wie sie ihre Kennzahlen verbessern können. Lass uns mal reinschauen und anfangen. Ich habe das Unternehmen J.R.Company in GbH 2002 gegründet. Wir sind ein Transportunternehmen, wir sind im Paketdienstbereich tätig, also seit 2004 Vertragspartner mit UBS. Wir stellen im Tag ca. 5.000 bis 6.000 Pakete zu. Für uns ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass wir für die Zukunft natürlich auch auf die Umweltschau nachhaltig bleiben und wir haben hier das System FleetComplete. Das ist für uns eben ein wichtiger Punkt, damit wir besser disponieren können, besser die Touren einteilen, weniger Kilometer auf die Straße bringen und somit ein irrsinniges Ersparnis sind. Für mich ist es ja sehr interessant als Fuhrparkleiter mit den Mitarbeitern zu arbeiten. Vor Einführung des Systems konnten wir kein Fahrverhalten auswerten und vor drei Jahren habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann man Kosten sparen, Treibstoff kosten und dann habe ich mir gedacht, das geht sicher nur mit so einem GPS-System. Dann habe ich drei oder vier Angebote eingeholt, darunter auch Magenta. Wirklich sehr interessant mit dem FleetComplete Auswertungsprogramm zu arbeiten, dass man den Fahrer erklären kann, schau, bei dieser Kilometerleistung hast du so oft aggressive Beschleunigung gehabt oder zu hohe Kurvengeschwindigkeit oder so und so Prozent Leerlauf oder Geschwindigkeitsübertretung. Da sieht man auch, wie es Woche zu Woche eigentlich besser wird mit dem Fahrverhalten. Und dadurch haben wir die Schäden aus bis zu minus 30 Prozent verringert. Wir haben 120 Fahrzeuge, die die ganze Erhaltung und die Verschleißteile, das hat ja auch mit dem Fahrverhalten der Fahrer was zu tun und da haben wir eine große Reduzierung bis zu 50 Prozent, was Verschleißteile betrifft, Reifen, Bremsen und so weiter. Also wir fahren 26.000 Kilometer mit dem gesamten Fuhrpark pro Tag und das sind Treibstoffkosten ca. 3.500 Euro pro Tag und durch das FleetComplete System haben wir Ersparnis zwischen 300 und 400 Euro pro Tag. Also das ist jährlich eine Kostenreduzierung bis zu minus 10 Prozent und das macht einen Betrag, der aus jährlich von 90.000 Euro Ersparnis. Das System ist einfach zu bedienen und hat vieles erleichtert. Das war wieder ein erfolgreicher Tag beim Kunden JR. Durch den Einsatz, den ich hier heute hatte, konnte ich die Mitarbeiter in die Lage versetzen, getätigte Tankungen direkt der Rechnung zuzuordnen und so zu ermitteln, ob Treibstoff auch wirklich getankt wurde in das Fahrzeug oder ob der Treibstoff vielleicht anderweitig verwendet wurde.